Hallo zusammen, ja, hier nochmal ganz kurz, ja, etwas, das für uns eine Eilmeldung ist und unbedingt, ja, mal raus muss, hier von unserer Seite. Leute, Moskau warnt Israel, Russland wird keine weiteren zivilen Opfer in Gaza tolerieren. Das könnte eine, ja, eventuell besorgniserregende Aussage und Nachricht sein. Wir hoffen, dass sich alles zum Guten wendet, dass alles, ja, wieder friedlich wird und, ja, dass es keine weiteren Opfer gibt. Leute, trotz allem wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.